so leute wieder und ich habe den Weg gefunden nach hier aber und mein Gott ich bin fast gestorben, Teller muss mir voll helfen dein Train ich konnte echt gut aus ich bin nicht mehr hier wo ich gestorben bin ich bin nicht mehr hier wo ich gestorben bin guck mal, guck mal du wirst aber von 20 Leuten getroffen ich bin gar nicht getroffen geh runter geh runter flucht nach unten doch da unten oh mein Gott Tschau denn ich muss wieder meine Wunderpistole gegen alle Zwecke guck ich hab das Gefühl dass ich viel dann erstmal ich auch was das ist hier in der Tat, ne? das wäre wieder so ein Teil dass man kaputt schlagen kann was ist denn jetzt los? mach du mal bitte what the fuck mach du, lass erstmal hier oben erkunden ist denn was? ja hier geht hä? oben ist doch nie was doch nein geht ich hasse du was das ist? hier ist nix ein baum in der case ich hab mir jetzt immer in meiner Hand damit ich keinen Fallschaden fick guck mal hier sind wir mal gestorben waren wir schon mal warum haben wir uns eigentlich nicht gewundert warum hier überall Fackeln stehen sind wir irgendwie dumm aber wir sind nicht ganz runter gegangen ja das weiß ich lol geht das tief hier Kaim echt? ich hab hier grad ne Fackel runter geschossen und man sieht hier nicht mehr ich geh hier so damit runter ok nein Spiker Jungle Slime hau den mal alter warte mal lass erstmal chillen ja klar ich bin dran ne? ja ja ich hab nicht geguckt guck ich kämpf gerade oh mein Gott geh weg da geh weg da warum das ist so n Ding so ne Pflanze hast du nicht gesehen? die hat uns angegriffen oh mein Gott ich bin so gut wie tot ich will sie sterben ich will sie sterben Kaim heil dich Junge ich kann ich ich versuch die wegzuhalten hä? baust du dich ein da bitte nicht in die Kiste gucken bitte okay guck in die Kiste ich will wissen was da drin ist ok guck in die Kiste ich will wissen was da drin ist ok guck in die Kiste ich will wissen was da drin ist danach braut dich aber bitte ein ja band of regeneration oh Junge die wollen's verarschen ich will den Mensch haben das boomerang Rope silverball Alter mich greift irgendein Spasti an warte braut dich ein braut dich ein nicht sterben ist der scheiße Junge ich bin ein long way ich muss jetzt ein long way gehen alter ja ok dann mach mal so lange Pause bis gleich ja ok da sind wir wieder oder ist Kaim wieder ich treff den einfach nicht jawoll das ist aber nicht eine richtige Bienenlässe das Hornet alter guck mal vor die gierigen hier ok so besser ALTER hö nimm mal die Kacke da raus mach ich gerade dann hab Poli ab nein ich hab keinen guten Inventarplatz man bei mir ist alles voll alles voll ja dann gib ich hab noch ein bisschen Platz Junge voll der Gammler ich hab jetzt die ganze Scheiße da reingekommen jetzt hab ich wieder ein bisschen Platz oh Junge Junge ich warte du hast kein Leben mehr lass mich nicht mehr töten geh mal weg da ich krieg ne nächste Health Crystal ne warte doch einfach wir können doch einfach so machen und dann so äh Spice Slime Junge nein ich muss hier weg ja ich bin jetzt tot geh weg da ha ja Junge ich hab's überlebt boah Junge das sind solche gierige alter weißt was sie verdient haben bombe bombe sind alle gestorben außer eine ne das ist das geil komm das ist schon ein bisschen geil alter Junge sind alle gestorben außer eine ja mit da oben ist noch einer war ein Sniperbill mit der Biene oh nein das halt ich nicht mehr aus wenn die in die ganze Welt von oben kommen brauchst du mach ich das auch Alter wie bin ich jetzt hier durchgeflutscht so da bin ich doch ich mach Licht hier können wir runterspringen wow das ist echt das ist das schwerste finde ich in dieser Beziehung ja aber das ist mal Part Ende mal das ist ein nächstes Mal tschüss Hallo YouTube und willkommen zurück zu Let's Play Terraria Hallo Hallo einmal kurz ändern ne jetzt ist viel Erfolg es ist gut Junge dieser ist so stark ne hm mhm ich will mal töten Alter ich tippe mal Hornisse yo alles klar weiß bescheid ja ja genau schnellstod Alter wo sind meine Tränke ja diese Hornisse da oben wo sind meine Tränke ne wirklich ich krieg boah mehrfachen zusammenbruch wenn ich meine Tränke nicht hab und ich bin alles weggebombt sind alle nach hier unten gefallen Alter geht das wieder tief runter Ja? mh Junge sind so viele Dinger Männer das ist nicht normal ich muss wieder hochkommen Grrrr so viele Bienen ja das ist mal langsam hier ja das ist richtig schwer hier da ist eine biene schießt sie ab genau jetzt haben wir hier noch so alles dasselbe kann ich auch wie du das machst schießen ab das lassen wir ein bisschen chillen ja ich versuche von hier abzuschießen da oben da oben neun junge Die Piranhas! Hast du gesehen, wie viele Piranhas da drin sind? Mindestens 100. Hä? Mindestens 100. Genau, was hat der für ein Alien, der Typ? Das liebe ich mir nicht, Junge, da hab ich keinen Bock drauf. Ey, nein, da unten ist aber was! Die haben wir schon, die kann ich nicht schaffen. Nein. Doch? Na, ich hol die jetzt. Nein! Das war nicht der Typ. Alter, bist du echt krank? Lass uns hier wieder absperren, oder? Ja. Junge, das ist echt krass, das ist das spannendste, aber auch krasseste. Nein! Du bist doch krank! Ich will mich sterben, ich will mich sterben! Nein! Und mal zubauen direkt. Ich komm nicht wieder. Wieso? Das ist mir zu anstrengend. Ey, komm Junge. Nein! Das macht aber grad voll Bock. Nur weil ich runtergefallen bin. Junge, aber... Ja, da musst du vorsichtiger sein. Und... Da sind noch ein paar Kisten, bestimmt. Da müssen noch Kisten sein. Nein! Oh mein Gott! Nein! Das war so unnötig, nur weil ich runtergefallen bin! Ja, Junge, du bist nicht vorsichtig genug. Dieser Weg, weil dieser Weg nicht so weit, ne? Ja, dann warten wir kurz wieder. Okay, wie ihr seht, oben rechts auf dem Mimimap ist keinem da gerade auf dem Weg. Ich hab hier schon mal abgesperrt. Mit meinem Regenschirm... Mit meinem Regenschirm... Mit meinem Regenschirm... Mit meinem Regenschirm... Wenn ich jetzt sterbe, komm ich nicht mehr. Nein! Warum hast du zugebracht? Du, wegen dir sterbe ich jetzt! Oh nein! Oh nein! Spike it! Spike it! Spike it! Du, wegen der Fallffrag so knapp... Haha, da ist er noch! Müster Sunshine... Mr. Sunshine... Jungen, der Spike, der springt doch überall mit dir. Tötet ihn, Tötet ihn, Tötet ihn ... Tötet ihn, Wichser! Ja! Nein, das habt ihr geschah! Keim, Junge! Bei uns ein, bei uns ein, bei uns ein! Junge! Keim, schnell! Junge, nein, lass mich rein! Ja, komm hier unten! Junge! Mal zu! Sollen wir uns runtergraben einfach, weil hier sind richtig viele. Ich hätte es niemals gedacht, dass ich es beim ersten Mal schaffe, hier runterzukommen. Du bist mir ja richtig entgegengekommen. Weißt du, wenn ich nicht entgegengekommen wäre ich jetzt tot. Was ist das da? Genau. Ich weiß es nicht. Ich glaube es ist um die B-Queen zu holen, den Boss. Ich glaube es ist dafür. Müssen wir gucken. Wir müssen eins zerstören mal. Ich glaube die Trompen auch war so wie das andere. Was war das? Jungle Spore. Ne, der Maus ist das nicht. Egal, was trotzdem noch unten. Was steht denn da als... Ah egal. Was steht denn da als Beschreibung, was es ist? Komm hier runter rein, pass auf! Was steht denn da als Beschreibung, was das ist? Okay, langsam. Wo heißt das? Na, auf meine Katze mich wieder, ey. Hörst du die? Ja. Die muss man noch hören, ey. Ja. You wake me up, when I... Oh, nicht mehr. Doch da oben. Ja, aber nicht hier. Da kommt... Kein Bock da hinzugehen. Die war aber vielleicht in der Kiste. Die Kisten sind das Züchtigste. Soll ich hier runter gehen? Soll ich runter gehen? Warte, lass mal den hier abschießen. Ich hab vielleicht keine Muni mehr. Ja. Gut, dass ich da aber zugemacht hab. Weil guck mal, was da alles rumhängt. Hier bin ich gestorben. Ich hab mal ein paar Lichter hier machen sollen. So. Guck dir das mal an. Was ist das da unten? Ist das Statue? Ja. Die haben wir aber noch nicht, ne? Die sieht doch geil aus. Ja. Schütt doch mal den Spasten da. Mit Pillar. Was bringt Daten? Na, da ist nix mehr. Okay. Was ist denn hier noch? Noch so ein Spast. Pass auf. Der kommt zu dir. Ja, kann der. Nein. Alter. Na, unter dir kommt auch noch einer. Das sind zwei Live-Christos. Ja? Ja. Warte mal. Chill mal kurz. Das sehen kommt endlich. Ich hab ein bisschen Eisen mit hier. Ich verstehe nicht. Ich hoffe nicht. Noch einmal. Ich bleibe bei deinen Bauern. Wie viele Leben hast du? 240. 40 Junger alter Karten kein Ich sterbe Hallo Wieso sterbe ich? Ich kann nicht Halt dich Alter, wieso stirbt man da? Weil das Sachen, die runterfallen Hey, Junge, ich konnte aber nicht mehr weg Ja, dazwischen war's Puh, alter Lass uns mal abbauen, ist das nicht Dings? Jo Wenn wir den Tars voll, kann das sein? Welcher? Meins, ja, das war voll Hä Wenn wir jetzt nicht wieder getroffen Ach, da unten ist ein Gammler Oh, Junge, hey, wie kann der denn durch Blocke schießen? Wurste ich nicht Oh, Junge nervt mich da jetzt nicht Tschüss Das Ende Wir müssen da weiter Ne, warte Hier geht's weiter Ja 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 Oh mein Gott, jetzt kommt ein Zeug von Ein Hurensohn entgegen Jeder weg kann, du hast gar kein Leben mehr Loll, die hab ich gar nicht gesehen Muss mal hier abbauen Ja 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 Das kann man aber schnell abbauen Ja Hast du eigentlich, äh, Jobohr gemacht? Ja, ich mein, oder? Und, was ist das? Warum? Alter, kein Junge Was geht hier wieder ab, ne? Ja, nee, hab ich nicht Wie lange war das? Keine Ahnung Ja Ich bin echt so dumm Ich hab keine Muni mehr, Alter Oh mein Gott Apune Vandale Alter, wie lang ist denn der? Du wolltest mich grad auslachen, du wicke Oh mein Gott, ich komm nirgendwo dran Ja Ja Nein Apune Ich bin nur irgendwo dran gekommen Was? Ja, ist klar Fiege ich schade, was ist das da? Spound Goblin? Loll! Was, wo? Wer ist das? Wer ist das? Das ist der mit Team Christ's Workshop, der geht gleich zu unserem Zuhause Ja, okay Lass ihn mal, äh, beschützen, oder? Nein, der geht von alleine Aber was, wenn der stirbt? Ist egal Hau den, komm mal, komm mal bitte Alter Hier hinter ist noch was Irgendweg gehen, geht er von alleine Ja Jawohl, das ist schon mal gut Oh neee Das war ein Hasstyp, ey Warte, 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 warte Nix machen Weißt du, was, du weißt, jetzt kommt, ne? Nein! Apfel, den krieg ich nicht schaden Ich muss ein Loch mehr machen, ich kann da nix durchwerfen Ich kann da meine Harpune durchschießen Und ich töte grad die ganze Welche Ma, ich will Bomben werfen, bitte Juuu Hä? Nein Dann krieg ich doch noch schaden Ich aber nicht, oder? Das ist doch klar Nein, du nicht Das war sehr intelligent von mir Das Loch zu machen Aber jetzt, der liegt Oh mein Gott Der ist manchmal lang genug, manchmal nicht lang genug Das stehe ich auch nicht Die Logik Die hält noch einen Schlag aus Ich hab Angst Wenn sich der Nebel verzieht Alter Guck, wie da alles rauskommt, guck mal Weil die könnte alle vergammeln gehen Oh, da geht's wieder richtig tief Warum sind da so wenige Fackeln? Soll ich runter gehen? Nein, nein Das sind richtig viele von den Typen Wohin können wir denn gehen? Ja, bis hier können wir Das ist so behindert, ne? Das ist so behindert Geh weg, geh weg Geh weg, geh weg Ich hatte so Glück, ne? Ich hab fast das ganze Teil runtergefallen Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Eines, der Typ ist zu... Ja, Al... Nein, Junge, wohin falle ich jetzt wieder? Junge Alter Oh, das ist leer Nein, Kaim Hä, Junge, von wem werd ich schnell... Junge Von wem werd ich gehauen? Kein Piranha Schau aus, wir sind irgendwas weggeworfen Da ist er wieder, Junge Da ist noch einer, Kaim Häng dich hier oben hin Mhm Ich hatte doch gerade so Paar niemand Association Sie geblieben Okay Oh mein Gott, war das schlimm Lassen wir wieder nach Ich habe jetzt beide getötet Ich wohne nicht da zurück Doch, Junge, da war aber geil Da ging's nämlich immer tiefer Ja ja Aber da waren wir schon die ganze Zeit Ich hatte gerade so eine Panik. Warte, ich habe nur 100 Leben. Ich auch. Nach 10 Sekunden, dann habe ich 150 Leben. 170. Wow, perfekt getroffen, mein Freund. Hat da oben irgendwas fallen lassen. Ein Bunny Statue aus Versehen. Kann man was zumachen. Hä? Achso. Falter Knöpp hier. Ich diese Dinger hasse, sie kommen immer aus mit nichts. Guck mal, manchmal sind die lange, du, manchmal sind die nicht lange, du, ich check den Ding. Komm, du Wotze. Nein. Das ist zu dir kommen. Ja, man kann hier runterspringen, hier ist nicht so gefährlich. Aber du darfst nur, muss nur rechts bleiben. Oder so. Oder so. Aber was ist hier? Alter, kein, Hilfe, nein, Hilfe. Hau dir. Hau dir. Schaden. Ich habe Pistole, warte, schieß mal runter. Ja, das Bier. Hat ihn abgetroffen mit Feuer. Der verbrennt. Oder so. Da unten, Junge, da ist richtig gute Kiste. Da drin kann ein Dingstupet sein. Nein, nein, jetzt sterbe ich nicht. Nein, nein. Was ist hier drin? Was ist hier drin? Die Duck-Hand-Dingstupet. Was ist da drin? Nix, also, Weak Boomstick. Was noch? Äh, Dynamit. Goldcoin. Was war hier noch? Suspicious-looking-Eye. Da ist ja kein Seaweed drin. Ne. Oh. Sagt er hier, nein, jetzt sterbe ich nicht. Ja, Junge, wäre ich jetzt gestorben, ne? Ey, hier hinten ist Biene. Gein, komm mal. Eine Biene, oha, habe ich noch gar nicht gesehen. Nein, hier ist Bienen. Honig, so. Äh, da findet man die Sachen für Kacke. Komm mal. Warte kurz. Warte, hier ist ein Piran. Eine Queen Bee. Wenn man die hier töte, kriegt man Nektar und dann kriegt man Baby Hornet, das ist ein Haustier. Ja, was ist denn das hier da vorne? Was? Reif. Ah, das heilt einen. Stimmt. Kann man das abbauen? Hammer, Mensch. Soll ich mal von oben reinkommen, anstatt dass das alles da rausläuft? Vielleicht ist das ja wichtig später. Ich guck mal, ja? Muss ich beschützen, okay? Ja, du musst aber Hive. Nein, äh, bau dich ein. Oh oh. Was ist? Ich habe ein Nature's Gift. Nature's Gift, heißt das? Ja. Das ist nichts für ein Tier. Schade. Äh, Hive. Guck mal, was das bringt. Ah, 6% Mana Reusage. Äh, was kriegt man aus? Mit einem Hive kann man das machen, um einen Queen Bee zu spawnen lassen, aber da braucht man noch Stinger, Crispy Honey Block und Honey Block für Bottled Honey und Obsidian. Also, das ist nichts. Also, trotzdem braucht man einen Hive, ne? Ja, können wir trotzdem abbauen, oder? Braucht man das nicht? Hilfe! Ich bin so ein Furz, ey. Ja, lass doch mal abbauen. Ja. Warte, ich hab hier gerade Silber. Ich boh das so lange ab. Hier kommt nix draus aus dem, doch nix zu. Alter, was ist das? Das ist ne, das ist ne Biene. Ich stand da gerade, das hat mich irgendwie irgendwie verwundert. Da steht ne Beebelsborn, wo du checkst, wenn wir das abbauen müssen. Ah, da kommen Bienen draus. Ja. Aber das tut ja, das kann ja eigentlich nicht so schlimm, weil da hat, den Honig halt ich ja die ganze Zeit. Da geht's weiter, ne? Da sind so Bienen-Kokons, das guck mal. Da ist so ein riesen Loch irgendwie. Ja, ja. Angst davor irgendwie, vielleicht nicht reingehen. Nein. Oh, das hat's gemacht. Wie? Entschuldigung. Geh weg. Bitte. Alter. Nicht jetzt. Na, warum immer hier drin? Du wirst doch immer dein Gehalt da drin. Ja. Ne, oder? Ich komm ja wohl nicht mehr raus, weil ich hier drin ertrinke. Junge, dieser Typ, der nervt mich. Alter, die waren immer diese Bienen, die wachen mir gar nichts. Junge, ich komm ja nicht mehr raus. Hilfe. Das heilt mich gar nicht. Ja, mich auch nicht so wirklich, aber ich komm ja auch nicht mehr raus. Ich bin jetzt tot. Alter, lass mich doch mal in Ruhe. Boah, die hat gar kein Leben abgetrunken bekommen. Woher sehe ich das noch aus Wissen? Warum wurde die erworben? Das will ich jetzt ja wissen. Guck mal. Weil ich das Teil kaputt gemacht habe. Was hast du denn kaputt gemacht? Geschlagen. Was hast du geschlagen? Das Teil da in der Mitte, das komische. Ne, oder? Ja. Der Part ist zu Ende. Ja, okay. Servus, Nächster. Tschüss.